Die Dorfkirche ist dem heiligen Arbogast geweiht. Hier sieht man seine Legende aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Über der Türe allerdings eine ältere Malerei, ein Evangelist, der zu Beginn des 14. Jahrhunderts gemalt wurde. Nun zur Legende des heiligen Arbogast. Am rechten Bildrand sieht man ihn im vollen Bischofsormat stehen, ihm gegenüber König Dagobert, der seinen bei einem Jagdunfall ums Leben gekommenen Sohn Siegbert bringt. Auf der nächsten Bilderfolge betet Arbogast für den toten Siegbert und erweckt ihn wieder zum Leben. Wir sehen uns beim nächsten Mal.